Ich werde mal zum Bunker kommen. Könnte sein, dass dann noch... Ich weiß nicht... Kamil war vorhin im Bunker, aber es dürfte wieder ein neuer Luder sein, glaube ich. Ein paar Pippen. Den können ich. Das ist anstrengend, Felix. Geil, ne? Der ist voll durchtrainiert. Das mache ich öfter hier. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ja, brennt gut. So. Hallo, Felix. Bring so seitlich runter, oder war? Hab ich da gerade Raiden gehört? Hab ich Raiden gehört? Oh, okay. Gar nicht. Ja. Ja.